Als nächstes für euch die Lady Cracker 40er von WECO, ebenfalls aus dem Bombetten Set von Lidl 2014-2015. Ja, klein und niedlich wie immer. Machen wir noch mal einen zweiten. Jawohl, es steckt nicht viel Wucht hinter, aber lustig sind sie doch immer wieder. Ja, machen wir noch mal einen vierten. Ja, sehr schön. Mehr wollen wir doch nicht. Es knallt und es ist lustig. Bis zum nächsten Mal.